Jau, schönen guten Tag! Ich bin's wieder, der Cotto. Unterwegs nach Waldhausen. Nee, einfach mal wieder raus. Ja, ein Video in einem halben Jahr, das ist ein bisschen dürftig. Aber ich krieg auch irgendwie nicht so viel, viel mehr hin. Ich arbeite aber dran. Ist gar nicht so einfach, wie man das gerne möchte. Aber von daher sind die Tage lang immer noch umso besonderer. Ich bin wieder am schönen Barnehmen unterwegs. Richtung Klosterfelde, weil ein Bekannter von mir hat gesagt, oder mir gesagt, dass er einen Wald besitzt. Ja, hab ich natürlich große Ohren bekommen und gefragt, wo er das hat. Oder das Stück Wald. Und ja, da werde ich mich jetzt mal hinbegeben und gucken, was er da so für einen schönen Wald hat. Es ist ja eher selten, dass man den Privatbesitzer von einem Wald kennt. Von daher freue ich mich umso mehr, dass man sich da ausdrücken kann. Ich werde den Wald schon nicht in Brand setzen oder irgendwas. Aber man geht schon mit einem anderen Gefühl rein, wenn man weiß, man kennt den Besitzer. Ja. Gut. Damit ich die Straßenverkehrsordnung weitestgehend einhalte, werde ich jetzt mal ausmachen und mich auf den Verkehr konzentrieren. Gut. Also. Äh. Bis gleich. Ja, ich mach's mal hin. Ich mach's mal hin. Das ist jetzt keine große Überraschung, aber ein paar Spuren sind ja nun doch dann deutlich. Und es ist gut zu wild, weil ich suche mir für heute auch noch einen Schlafplatz. Wahrscheinlich dann doch nicht hier. Achso, wie ihr seht, arbeite ich nicht mehr so, sondern so. Ich habe nämlich einen Selfie-Stick geholt. Vorher, das war immer alles zu wackelig. Furchtbar, ne? Ja, ich will mal gucken, wie ich jetzt mit dem hier zurechtkomme, dass ich ein paar bessere Aufnahmen machen kann. Mal schauen. Ich glaube, das ist auf jeden Fall besser. Ich wackele nicht so, man sieht nicht nur die ganze Zeit meinen Schädel, auf dem wahrscheinlich keiner scharf ist. Ja, einfach mal ein bisschen mehr Gegen zeigen, wenn ich so ein paar Aufnahmen mache. Ich glaube, das kommt ganz gut. Ja, einfach mal ein bisschen rumprobieren. Ich habe auch eine andere Kamera jetzt genommen, die davor, das vorletzte Video, was ich aufgenommen habe, die Kamera hatte doch einen ziemlich lauten Motor drin, ob es mir jetzt vom Fokus ist oder vom Zoom, keine Ahnung. Aber es klang wie so ein alter 8mm Schmalspur-Film. Das ist ja bescheuert. Die ist, glaube ich, ein Tick leiser. Ja, ich bin durch den Wald. Ja, er hat gesagt, 150 Meter breit, ein paar hundert Meter lang. Ja, 600, 700 Meter ist er, glaube ich, lang, der Wald. 150 Meter breit. Das ist jetzt nicht unbedingt das, was ich mir vorstelle. Und da, ich gehe in den Wald, um in Ruhe einen Schlafplatz zu finden. Schön sieht er aus. Schöne Bäume. Oh, ich bin hier mal geschossen. Äh, recht sauber ist er auch. Schöne Bäume, alles schön. Aber so klein. Irgendwas höre ich. Hände das da hinten eine Werkstatt oder... Ups. Oder da hat jemand irgendwas erschossen. Keine Ahnung. Also zum Basteln komme ich hier gerne her. Aber heute habe ich einfach nur Bock, in den Wald zu gehen, in Ruhe zu pennen, irgendwo mal abschalten. Ja. Oh, schöne Gegend. Ja. Gut. Dann mache ich mal auf die Suche nach einer neuen Stelle. Ich muss leider meine Tour abbrechen. Meine Tour, meine Übernachtung. Ich bin jetzt tierisch im Bauch rum, kriege ich Magenkrämpfe. Ich habe am Mittag, äh, alte Pizza von gestern gegessen. Hat mir auch so gut geschmeckt, aber... Ja, jetzt habe ich den Salat. Gut. Ich meine, um Waldhof Toilette gehen kann jeder, ist kein Problem, aber... Aber alle fünf Minuten? Aber alle fünf Minuten? Nee. Bisschen anstrengend. Bisschen anstrengend. Bisschen anstrengend gerade. Bisschen anstrengend gerade. Hier zeige ich meine Ausrüstung von Norwegen. Ich habe nämlich... Dieses Jahr wieder vor, nach Norwegen zu fahren eine Woche. freu mich schon tierisch drauf in meinem rucksack den ich heute auch entsprechend gepackt habe habe ich mich schon reduzieren können in der letzten tour vor zwei jahren fahre ich auf 19 kilo fast 20 kilo 19,7 19,8 jetzt bin ich auf 13,4 13,7 kilo sechs kilo leichter das ist schon geil und ja kann ich euch mal zeigen was drin ist beim nächsten mal aber heute ist heute schlecht ich habe hier aber auch mal eine schöne stelle gefunden ich habe den aufnahmen vorher schon gesehen hier ist ein ach das sieht man immer nicht wie es hier auf und ab geht sieht mal das gerade aus ist aber nicht sind ein paar schöne ein paar schöne senken bei ein paar schöne erhebungen ich glaube kann man doch ganz gut auch generell einfach mal für so ein kurzes buschkraft treffen mal schauen ist gar nicht so schlecht hier und der schuss den ich da gehört habe das war kein schuss ich glaube das war forstbetrieb da ist auch eine fabrik irgendwo da hinten hier wird nicht geschossen gut gut in diesem sinne verabschiede ich mich vielen dank trotzdem fürs reingucken und beim nächsten mal gibt es ein bisschen mehr action mehr interessantere sagen gut also reingehauen so klein wie der wald doch sein der sieht schon cool aus ich meine hier gibt es dinge zeige euch das mal wer kennt sie nicht diese korkenzieher kiefer wieder raus ich muss mal die kamera ein bisschen drehen ich glaube das ist blöd wenn man kamera dreht auch sehr cool ist die drillings kiefer na fast vier links ziemlich cool aus ich habe noch keine gesehen dass der drei stämme wachsen überhaupt sieht der ganze wald noch ziemlich verknöchert und ja verwurschtelt knorpelt keine ahnung wie nennt man das sieht schon abgefahren cool aus ein kleiner märchenwald fehlt jetzt nur noch irgendeine hexe die hier rumkommt die hier ist am besten auch ziemlich beeindruckend hier gibt es weit und breit nur nadelbäume kiefern doch hin und wieder hat es eine eiche geschafft sich zu behaupten da hinten haben wir auch eine schöner wald klein aber auch sicher kann man sich hier auch fühlen die waldpolizei ist hier zu massen vertreten ich zeige euch das mal gleich spannend also hier könnt ihr da was sehen die sich der boden bewegt ich denke schon ich muss das stativ ein bisschen umstellen da kann ich das runter halten hier geistern und doch viele ameisen rum viele waldameisen und die haben eine straße die ziemlich lang bis nach der hinten Seht ihr das? Man sieht richtig, wie hier aufgeräumt werden. Dann haben wir hier den einen Haufen, der ziemlich groß ist. Und da hinten den anderen. Das ist schon immens. Springkraut wächst hier schön. Das ist der einzige Ort hier, an dem Springkraut wächst. Moment, ich werde nicht mal über den Spring rücken. Ich guck da schon hin. Das ist der einzige Ort, wo die Springkraut wächst. Ansonsten... Ich glaube, die haben mich schon als Abendessen auserkannt. Da hinten ist noch ein Ameisenhaufen. Riesig! Hier sind mehrere Straßen. Da ist der eine Haufen. Hier sieht man richtig diese Gabelung. Durch den ganzen Wald zieht sich die Straße. Hinten durch. Und so weiter und so fort. Milliarden! Irre! Hier sind die andere Haufen hier. Hier ist genau so groß wie beide zusammen. Meile Fresse! Hier ist Bewegung am Spiel. Hier tritt man überall auf irgendwelche Ameisen. Sorry, aber das liegt mit Absicht. Hier kann schon was los. Hier haben wir ein paar Limbeer-Sträuche. Typischer Waldzeit, ne? Also doch mal was gesehen. Auch wenn es heute nichts wird. Na, Übernachtung! Da ist weiter. Da gibt's. khiesta